Der Klettersteiggrundlagenkurs ist zurück und wir starten heute mit einem wichtigen Thema, das noch startet, bevor wir den ersten Karabiner in das Stahlseil hängen konnten. Es geht um Komfort, es geht um Geld, es geht um Passform und natürlich geht es auch um eure Sicherheit. Los geht's! Ihr fragt euch zurecht, was ist denn jetzt mit den Schwierigkeiten los? Dachte darum sollte es laut letzten Dienstag eigentlich als gehen. Ja, aber da das hier ein Bergsportkanal ist und damit maßgeblich von den Bergen abhängt, ist das natürlich mit etwas Flexibilität verbunden. Und da es in den letzten Tagen in der Region keine sichere Möglichkeit gab, Alpinklettersteige vernünftig zu filmen, ohne in Regenschauer oder Wärmegewitter zu geraten, musste ich nun leider umplanen und hoffe, dass diese Woche hier mehr möglich ist. Ich bin zuversichtlich. Schnappen wir uns heute deshalb einfach ein anderes Thema, nämlich das richtige Schuhwerk. Ich kriege sehr häufig Instagram Nachrichten und Kommentare, sind Schuhe XY eigentlich für Klettersteig YZ geeignet? Und hier jede Frage einzeln zu beantworten, ist natürlich ein echter Zeitfresser. Deshalb hier eine ganz allgemeine Erklärung, was ein Schuh am Klettersteig denn können sollte, damit er eben sicher und auch ein langlebiger Begleiter ist. Die Reise beginnt bei der Frage über den Knöchel oder Halbschuhe. Hier ist die Antwort eigentlich recht eindeutig, was man eben lieber mag. Hat man hier keine Präferenz, empfehle ich tendenziell immer den Halbschuh, da so der Fuß leichter in eine passende Position für eine gute Gegendrucktechnik gebracht werden kann. Beweglichkeit im Sprunggelenk kann also einen Vorteil darstellen, vor allem, wenn man Halbschuhe mag und auch kennt. Dann stellt sich die Frage nach dem Obermaterial. Hier ist Leder immer eine gute Idee. Es gibt natürlich Synthetik-Obermaterialien, die manchmal auch ein Stück leichter sind als die Lederkonkurrenz, aber das ist pauschal nicht immer der beste und richtige Weg. Leder und Rauleder haben sowohl in dicken als auch dünnen Varianten den Vorteil, dass harter und scharfkantiger Abrieb am Fels deutlich besser verkraftet wird. Synthetik-Schuhe entwickeln schneller mal Löcher oder erste Abriebstellen, die zu Löchern führen können. Leder hingegen hält einiges aus. Der Gewichtsaspekt und auch das Problem mit der Belüftung sind aber zwei nicht ganz zu vernachlässigende Punkte. Wer vergisst, dass man bei 35 Grad am Klettersteig sich ordentlich einen abschwitzt, der wird das spätestens im GTX Lederschuh endgültig verstanden haben und davon schwimmen. Generell, wasserabweisende Membranschuhe, Gore-Tex Membranen und Co. sind auf einem Klettersteigschuh keine wirkliche Hilfe. Der Hauptaspekt wäre es ja, starke Nässe abzuhalten, in den Schuh einzudringen. Aber wer bei Starkregen im Klettersteig unterwegs ist, hat an ganz anderer Stelle einen Fehler gemacht. Natürlich ist es dann ein Krampf sondergleichen, wenn es trotzdem mal zum Regen kommt. Aber GTX-Schuhe sollten eher nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Schuh im Rahmen einer anderen Tour oder grenzsätzlich anderer Touren auch durchaus der Regengefahr ausgesetzt ist und kein reiner Sportklettersteigschuh wird. Nun sollten wir uns noch die Frage nach der Sohle stellen. Hier wird's richtig spannend, aber dazu habe ich natürlich schon mal ein komplettes Video gemacht, findet ihr hier rechts oben. Kurz zusammengefasst, es gibt harte und es gibt weiche Gummimischungen bei Sohlen. Eine harte Gummimischung kann mit mehr Eigenstabilität der Sohle dafür sorgen, dass man auch auf den Zehenspitzen gut stehen kann und kaum einknickt. Jedoch passen sie sich dem Fels kaum bis gar nicht an. Dem gegenüber stehen weiche Gummimischungen. Hier ist maximale Flexibilität möglich, so dass sich der Schuh in jede Himmelsrichtung biegen kann, wenn der Fuß das auch tut. So schmiegt er sich auch an feinste Strukturen im Fels und sorgt für ein Maximum an Reibung. Und Reibung ist am Klettersteig ein großer Faktor. Vor allem im schwierigen Gelände von Klettersteigen kann das Gehen auf Reibung wichtig sein. Natürlich ist auch härterer Gummi keine Schmierseife, hält also in vielen Situationen trotzdem. Der weiche Gummi jedoch kann das bis zu einem höheren Grad und vermittelt so mehr Sicherheit. In der Regel jedoch kann man sowohl mit harten als auch mit weichen Gummimischungen reguläre Klettersteige bis DE meistern, ohne dass das Material schuld ist. Es gibt also drei Komponenten, wenn es um die Schuhe geht. Höhe des Schuhs, Obermaterial und Sohle. Bei der Sohle gibt es aber kein richtig oder falsch. Viel Steifigkeit in der Sohle bedeutet auch, dass man deutlich kleinere Tritte ansteigen kann, ohne dass man Sicherheit oder gefühlte Sicherheit einbüßt. Ein übertriebenes Beispiel wäre hier ein Kategorie D Schuh wie der Lasportiva Cube. Auf der anderen Seite lassen sich glatte, speckige Platten sehr gut mit weichen Sohlen meistern und vermitteln dabei das Gefühl am Fels zu kleben. Das andere übertriebene Beispiel wäre hier der Lasportiva Bushido 2. Erfahrene Kletterer unter euch kennen das Prinzip auch von klassischen Kletterschuhen. Empfehlenswert ist weder der Lasportiva Cube noch der Lasportiva Bushido. In Wirklichkeit sind die idealen Schuhe Kompromisse aus beiden Ansätzen. Jedoch muss man natürlich auch immer überlegen, welche Tour insgesamt vor einem liegt. Ist der Klettersteig Sinn der Sache oder eine Bergtour? Ein Klettersteig kann zehn Prozent einer Tour ausmachen, dabei vielleicht davor aber 70 Prozent der Zeit am Gletscher stattfinden. Dann wäre ein weicher und gemütlicher Klettersteigschuh wohl eher eine schlechte Wahl und ein steigeisenfester, solider Bergschuh besser. Die zehn Prozent verkraftet man dann. Wenn man aber am Parkplatz in den Klettersteig startet und der Klettersteig am Parkplatz wieder endet, dann wird ein super steifer und unbequemer Schuh keine gute Wahl sein, sondern eben ein klassischer Klettersteigschuh. Es gilt also die Tour als Ganzes und nicht nur den Klettersteig für sich zu bewerten. Aber was sind nun klassische Klettersteigschuhe? Naja, wie man sie erkennt, haben wir ja eigentlich jetzt schon geklärt. Es gibt also auch unzählige Schuhe, die diese Eigenschaften erfüllen. Aber ich möchte euch einige passende Modelle nicht vorenthalten, die sich hoher Beliebtheit erfreuen und in der Praxis auch gut funktionieren. Da wäre zum Beispiel der TX4 von La Sportiva. Diesen Schuh gibt es auch in anderen Ausführungen, heißt dann immer etwas anders, ist aber von der Idee her immer sehr ähnlich angelegt. TX5, TXS und TX Guide sind hier sehr ähnlich. Nur im Obermaterial findet man da dann manche Unterschiede. Der größte direkte Konkurrent ist der Mescalito von Scarpa. Auch der Schuh beweist sich für Klettersteige durch das abriebfeste Obermaterial und eine weiche Sohle, die Reibungssituationen gut löst. Von Salewa gibt es hier den Albtrainer II oder auch den Mountaintrainer. Ja, auch der Wildfire ist von dieser Firma hierfür sehr beliebt. Ich möchte aber gleich nochmal auf das Problem dieser Schuhe eingehen. Von Mammut wäre hier zum Beispiel der Mercury ein Beispiel für einen solchen Schuh. Natürlich gibt solche Schuhe auch von allen anderen Marken und nicht nur den Big Four. Was sie alle gemeinsam haben, sie werden grundsätzlich auch Zustiegsschuhe genannt. Denn ursprünglich waren diese Schuhe keine eigens für Klettersteige kreierten Schuhe oder gar eine eigene Kategorie, sondern sie zählten eigentlich immer zu den sogenannten Zustiegsschuhen. Die Zustiegsschuhe waren und sind für Kletterer die beste Wahl, wenn es um den Zustieg zur Wand und den Abstieg nach einer Klettertour geht. Da diese beiden Anwendungsfälle aber eben den ziemlich gleichen Anwendungszweck haben, gelten sie heute eben immer noch als Zustiegsschuhe. Aber nicht alle Zustiegsschuhe sind klettersteigtauglich. Es gibt auch Schuhe wie den Wildfire oder auch andere Konkurrenten. Diese Schuhe werden gerne für Klettersteige vertrieben und werden bei den Kunden sehr geschätzt. Das hat aber eben auch seinen Preis. Diese Schuhe sind meist im Obermaterial zu dünn und fragil und bei der Sohle zu dünn und zu weich, so dass deutlich früher Abnutzungserscheinungen, Löcher und Probleme mit Obermaterial und Sohle vorkommen können. Soll nicht heißen, dass diese Schuhe nicht am Klettersteig verwendet werden können, keinesfalls. Soll nur heißen, dass man natürlich für sich selbst auch klären muss, ob man einmal pro Jahr die Klettersteigschuhe wechselt oder alle zwei Jahre zum Beispiel. Denn die Robustheit der härteren Zustiegsschuhe, die die vorher besprochenen Eigenschaften haben, führt natürlich zu längerer Haltbarkeit. Am Ende des Tages sind also keine Schuhe auf dem Klettersteig völlig falsch. Okay, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Bitte nicht mit Converse oder Laufschuhen auf den Klettersteig gehen. Aber ob ein leichter Zustiegsschuh oder ein schwerer Kategorie D-Schuh besser ist, das hängt eben vom Gesamtbild der Tour ab. Die meiner Meinung nach idealen Schuhe für Klettersteige sind klassische Zustiegsschuhe, wie die oben genannten eben. Für mich immer die in der Halbschuhvariante. Aber natürlich gilt auch hier, das darf jeder für sich selber entscheiden. Richtig oder falsch gibt es hier nicht. Nun würde mich aber auf jeden Fall auch ehrlich interessieren, welche Schuhe ihr am Klettersteig verwendet. Ich fange gerne mehr Meinungen und Erfahrungen ein. Mehr als ich selbst auf den Klettersteigen sehen kann. So kann ich auch selber besser ein Bild von eurer Einstellung haben, aber auch die Entwicklungen besser nachvollziehen können, die es so insgesamt gibt. Also schmeißt gerne eure Schuhe in die Kommentare, aber bitte vorher kurz auslüften lassen. Wenn euch diese Grundlagenkurse gefallen, denkt gerne daran, dass das Alpen Academy Projekt durch eure Unterstützung ermöglicht wird. Alle Infos dazu findet hier unter diesem Link oder auch in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.